Hallo, habt ihr gehört? Viel Glück, Mann! Ja, danke. Wie wird es denn heute? 27? Ja. Magna, ich muss noch eine Demo reinstellen. Wollen wir asozial sein und reinlaufen? Ja, ne. Ich weiß nicht. Ich versuche auf rechten Seite. Ich glaube, du bist noch gemutet oder so. Ja, kann sein. Jetzt nicht mehr. Die Gammel uns ab, Jungs. Das ist zurück, oder? Ganz rauf. Ja. Komm weg da. Komm, du bist nach vorne. Go jetzt, go. Links ist angeneifft. 62-4. Hinterher, Marko. Nein. Tschüss. Nein! Das ist die erste gewohne Quatt von der Verklinge. Wann nicht nur die Gammel? 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 Abdemo, Kanma. Mit wem habe ich den Gammel? Paul. Paul. Ja. 連ere. Wie? H lớpkarren? Jaa... Heinemann? Würde? Wann nicht nur die Gammel ist? Denn ich kann zwar den Feuer gern... ...schau da in den Teils-Gammel ist. Guck mal einstürkst. Mach das gedacht! Anker, Koordin! Mit wem habe ich den Galzinais geronnen? Paul! Paul! Ja, 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 ja. Hallo Leute, Jungs! Ja! Boah! Wieso? Hast du schon eingemeilt? Jungs!